Und damit herzlich willkommen, Freunde, zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ja, Freunde, also gönnt euch diesen Anblick, Freunde. Man sieht halt nichts, ne? Freunde, es ist soweit. Es ist soweit, Freunde. Die eigene Schrauber-Himmels-göttliche Garage ist da, Freunde. Ich würde sagen, wir räumen erst mal das Auto aus. Auto ist nämlich voll beladen. Und dann gucken wir uns mal alles an und schauen uns mal an, was ich alles hier so vorhabe, Freunde. Ich würde sagen, let's go, oder? So, in der Belichtung müssen wir hier auf jeden Fall noch arbeiten. Da muss ich ja schon wieder los, Freunde. Ich würde sagen, ich räume das jetzt alles mal aus vorhin und dann gucken wir uns das Ganze mal an, Freunde. Let's go! So, Freunde, ich habe jetzt alles ausgeräumt hier aus dem Auto. War gar nicht so viel, wie ich dachte. Hier haben wir so ein bisschen das ganze Polierzeug drin und was ich noch so vor habe. Hier ist auch so Lackzeug, die ganzen Spraydosen hier. Bisschen Holz und halt so, ja, Öl, Wasser, noch so die alten Wartauschaden, so ein bisschen kleinen Scheiß. Und jetzt fragt ihr euch sicherlich, was will denn der mit Holz hier drin? Das macht ja gar keinen Sinn. Will der jetzt hier einen Schreinerbetrieb eröffnen? Das kommt auch noch, Freunde. Schmittler, Schreinerarbeiten. Kapper, Klapper. Nee, und zwar haben wir hier was richtig, richtig Geiles drin, was die Garage auch so besonders macht. Ja, schon was Cooles ist auf jeden Fall, Freunde. Alter, hab ich das Gefühl, was ist hier so dunkel drin? Freunde, das ist nicht das Clurry Hole oder irgendwas anderes. Das ist meine, ich kann meine sagen, Freunde, das ist schon cool. Das ist meine Grube, Freunde, die hier mit dazu ist. Ich müsste dann gleich eigentlich mal mit dem Auto rausfahren, dann könnten wir mal ein bisschen was gucken. Ich habe schon was entdeckt, Freunde. Und zwar ist das nämlich hier erstmal allgemein jetzt so. Hier ist es natürlich super geeignet, um neue Videos für euch zu drehen, Freunde. Und dafür ist das Ganze auch gedacht, Freunde. Hier wird natürlich noch einiges passieren. Das wird nicht so bleiben. Hier ist wirklich einiges zu machen. Und ja, ich zeige euch erstmal so grob meine Vorstellungen. Will ich ja ein bisschen polieren, ein bisschen aufbereiten und so ein Zeug. Dafür brauchen wir natürlich gescheites Licht und nicht solche Pispel und Orde. Das wird kommen. So ein bisschen Low-Budget, LED-Licht, irgendwas. Freunde, da wird mir schon irgendwas einfallen, weil ich schon wieder auf irgendeine dumme Idee komme. Ja, allgemein, das ist erstmal der Plan. Irgendwie ein bisschen so ein Obi-Regal zu ziehen. So ein billiges, irgend so einen günstigen Tisch oder so. Vielleicht irgendwas Altes, was man sogar irgendwo vielleicht auf Ebay-Klananzeigen geschenkt bekommt. Irgendwie sowas. Dann halt Licht, dass wir gescheites Licht haben hier in der Bude. Ein bisschen LED-Zeug, da mal gucken, was sich dort so... Ich habe schon ein bisschen rumgeguckt, aber ich bin noch nie so richtig fündig geworden. Und ich werde jetzt auch keine 200 Euro für irgendwelche LED-Scheiß-Dreck ausgeben. Das wird... Da werde ich euch in Zukunft ein bisschen mitnehmen. So ein bisschen Werkstatt-Update und so. Ein bisschen dies, das, mein Kenntnis, Freunde. Ich hoffe, ihr habt da Bock drauf. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann hauen wir den Kanal, Freunde. Überleitung, wie da 10 aus 10. Ich drehe jetzt nämlich noch ein Video zu den Seitenbelichtungen. Wenn ich das fertig habe, was relativ schnell gehen wird, dann werde ich mal rausfahren und dann werden wir uns das mal angucken unten. Da müssen wir nämlich noch ein bisschen was machen, dass wir die Kube auch wirklich nutzen können. Und oben muss ich mir irgendwas einfallen lassen, weil ich weiß nie, wie ich das machen soll. Ich meine, ich bin der Meinung, dass es nämlich alles hier ein bisschen... Ich will das jetzt hier nicht zeigen, aber das ist alles ein bisschen runtergekommen. Ich finde das richtig geil. Das ist so ein bisschen dirty, dusty-Style. Feiere ich auf jeden Fall. Ist jetzt nie so eine Neubaugarage. Das wäre ein bisschen langweilig. Würde ich nämlich sagen, dass nämlich der alte Besitzer von der Garage nämlich einfach sein Holzzeug dort entsorgt hat. Auf 200 EQ. Da werde ich dann gleich mal gucken, ob das vielleicht sogar hier passt. Dann wäre ich ja clean. Müsste ich mir hier irgendwie 68 Holzzeile zurechtlegen, Freunde. Ich mache das erst mal. Dann muss ich nämlich hier runterfahren. Weil ich stehe ja hier drauf. You know what I mean? Ja. Und ich überlege wirklich, ob ich hier diese... Hier gibt es ja... Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, Freunde. Hier hat man ja diese Schienen. Und hier kann man so das Holz halt reinlegen. Dass man da auch... Da kann man so das Holz reinlegen, dass man dort so drüber fahren kann. Ich weiß aber nie, ob ich das machen will. Weil dann jedes Mal, wenn du in die Gruppe rein willst, musst du ja dann die ganzen Bretter rausmachen. Da brauchst du ja auch wieder 68 Stunden. Und das soll ja alles ein bisschen zack, 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 ziemlich zügig. Soll alles ein bisschen zügig gehen. Aber obwohl so ist natürlich jetzt... Wenn das so offen ist, ist das natürlich auch nie ganz so cool. Wenn dann irgend so ein Idiot mal hier reinfährt und dann seine Karre hier drin versenkt, habe ich halt auch nie so viel Bock drauf. Mal gucken, was ich mir dort einfallen lasse. Ich denke mal, das wird erst mal so bleiben, solange ich hier zugange bin. Hey moin, ihr lebt ja noch. Moin. Und zwar müsste das eigentlich passen. Ich zeige euch das mal. Und zwar haben wir von hier bis hier drüben einen Meter. Und das müsste ja dann unten genau das gleiche sein. Ich hole mal so ein Brett, was da drüben liegt. Und ich versuche das mal dort reinzulegen. Jetzt fängt es natürlich an zu regnen, wie anders sonst, Freunde. Ihr habt es gesehen, hoffentlich. Ich habe es hoffentlich ein bisschen gezeigt. Wir haben jetzt unten schon mal was drin. Bis dahinter. Also mal ein paar gleich. Ich gehe hier natürlich nie unter, leider. Hätte noch ein bisschen tiefer sein können. Dadurch, dass hier das Wasser rein drückt, kann man leider nie ganz bis auf den Boden gehen. Also du hast doch vielleicht noch 30 Zentimeter zur Verfügung, wenn die Kamera... Da wären vielleicht nochmal 30 Zentimeter, aber dadurch, dass das Wasser hier rein drückt, ist das schon gut so, wie wir es gemacht haben. Ich meine, ich will ja hier auch nie keinen Plan den Kfz-Betrieb eröffnen. Vielleicht mal einen Ölwechsel oder so. Das würde sich ja anbieten, Freunde. Ich habe drüben noch was gesehen. Ich zeige euch das mal. Ich glaube, das kann hier ganz gut reinpassen, Freunde. Lass mal hier schnell durchregen. Oh, nee. Scheiße. Das ist nämlich genau 10 Meter breit. Könnte passen. Und hier hat wahrscheinlich jemand mal Ölwechsel gemacht. Die Bretter, die habe ich jetzt nie genommen. Die sind alle noch zu dünne. Können wir vielleicht so reinlegen. Wir probieren das mal. Hey. So, Freunde. Next Update. Und zwar habe ich noch so eine Palette, oder so eine große Palette gefunden, wo die genau hier von der Breite her genau hier reinpasst, Freunde. Also so, dass oben drüber ein Problem war. Die war 17 Zentimeter hoch. Oh, ich seh's mich gar nicht. Ach, Freunde. Ich bin im Arsch eher. Die war 17 Zentimeter hoch. Und diese Fassung hier, diese Metallfassung, ist nur 5 Zentimeter heiß. Man würde dann mit der ganzen Palette 12 Zentimeter überstehen. Ist natürlich mit die wahrgelegten Autos nicht ganz so cool. Deswegen habe ich jetzt so Folgendes gemacht. Ich habe einfach an der Palette unten das weggeschlagen. Also diese Bretter mit den Holzplötzen. Dass das jetzt hier schön schmal ist, schön verschwindet. Drüben haben wir noch so dünnes Holz liegen, was ich unten hier reinmachen wollte, weil ich habe keinen Bock dann irgendwann mal, weil das Holz dann so nach einem halben Jahr ein bisschen mehr durchmulert, dass ich dann irgendwann dort unten in der leeren Dritte liege. Da habe ich gar keinen Bock drauf. Deswegen habe ich nur das dicke Holz genommen, wirklich das starke Holz, das massive Holz. Und das Leichte werde ich hier vorne reinmachen. Das kann man leichter mal rausheben. Und wenn man wirklich mal hier in eine, ich sag mal, in eine weibliche Person reinfährt, fliegt die nie gleich hier mit der ganzen Karre hier runter. Das wäre nämlich nie ganz so cool. Würde ich nie ganz so feiern. Genau. Und das würde ich, dieses ganze Ding würde ich eher so Richtung weiter hinten machen, wo man eigentlich nie, wo man nie viel verschiebt. Da ist das so drinnen. Und abgeschlossen, dicht und passt. Und Wasser kann auch dort runter laufen. Was weiß ich, wenn jetzt irgendwie mal ein bisschen durch die Klima oder so ein bisschen Wasser ausläuft oder so. Da läuft das so drunter. Und da ist das Schicht im Schacht, da ist Ruhe im Karton. Und da ist gut, Freunde. Das ist gut. Ich tue das jetzt hinten mal reinknallen. Diese riesen Platte hier drinnen, die kannst du nicht bewegen. Das ist un... Kannst du vergessen. Kannst du echt vergessen. Na ja gut. Wir machen das Beste draus, Freunde. Wir holen das Beste raus hier. Let's go. Ich bin kaputt. So viel sei gesagt. So sieht es jetzt aus. Hier, das kann man dann einfach schnell mal rausnehmen. Die Blase. Hier habe ich jetzt was drunter gelegt. Holzmäßig. Dass man die hier auch mal drauf geben kann. Top Sache. Hier müssen wir vielleicht nochmal ein bisschen anschleifen, dass das richtig reingeht. Aber das ist scheiße. An sich hier noch eine coole billig Beleuchtung rein. Vielleicht noch ein Tisch. Ein Low Budget Regal. Und dann mal gucken. Gucken, was wir alles noch machen. Freunde, wenn ihr das nicht verpassen wollt, abonniert gerne den Kanal. Genau. Hier habe ich jetzt noch so ein paar Reste hier. Die alte Platte hier. Das würde ich auch wieder zum Ölwechsel nehmen. Das ist ja schön hier gut eingearbeitet. Das kann man dann so auf diese Zwischen... Das hier seht ihr jetzt nicht. Hier gibt es noch solche Zwischendinger drinnen. Da kann man das dann rein tun und kann dieses Ölding hochstellen und dann passt das. Und halt hier noch so ein Klingkram. Das kann man dann alles mal verbrennen. Freunde, wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir gerne einen Daumen nach oben. In diesem Sinne, Regenrinne, haut rein! Und... Tschu!